Oh mein Gott. Yes. Sind zwar nicht genug drinne, aber egal. Deswegen ist es mir egal. Aber... Oh yeah. Geowned. Ich brauch die letzte rote Münze, hab ich 100. Oh mein Gott. Dann hol ich mir eben mal das Münze. Dann kann ich mich hier verwandeln und dann noch kann ich vielleicht die Ballonfähigkeit einsetzen. Oh. 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 Hä? War doch mal irgendwo eine Münze, oder? Hier lang, ne? Aber besser gesagt, mir fehlt nur eine Münze. Aber wo krieg ich sie jetzt her, so flott? Hm. Kurzer Cut. Okay. Okay, eine rote Münze und die ist genau über mir. Wie kriegt man eine solche rote Münze? Äh, what the fuck, wo ist die rote Münze? Äh, what the fuck, wo ist die rote Münze? Ach, da ist sie ja. Da mitten im Raum und da holen wir uns doch erstmal gleich die Fähigkeit. Es klappt nicht mehr? Es klappt nicht mehr? Es klappt nicht mehr? Allgemein klappt sehr viel nicht mehr in diesem Spiel, ne? Was sind M64 Vorgänger? Alles ging, klappt... Hier nicht mehr. Ja. Aua. Cool. 100 Münzenstern, ich kriege dich. Jetzt verglitschte Stern. Drei Sterne auf einmal. Was für ein Erlebnis. Aber ich suche lieber die acht roten Münzen erneut, weil sie sehr leicht sind. Hopp. Das hier aber nicht. Wtf, ich hab drei Sterne auf einmal... ...gehabt. Na egal. Hm. Ach, Kaiser-Karussell. Da muss ich nicht lange nachdenken. Aua. Oh, Gott. Multigeister töten. Aua. Ja klar. Ich wurde getroffen und geheilt. Wtf. Na los. Ach, du kommst jetzt schon? Na los. Ich f*** dich. Gut. Nächster Stern. Ah, fuck. Puh. Puh. Vierte Stern habe ich jetzt schon mal. Na. Ich bin ein wenig. Puh. Guck. Ja. 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 Na dann. Achso, die Aufgabe, die ist easy peasy shit. Das ist eine Easy-Peasy-Aufgabe. Solche Aufgaben sind manchmal zum Vergnügen da. Manchmal. Hallo, das ist eine Easy-Peasy-Aufgabe machen. Aua. What the fuck? Wie gesagt, Easy-Peasy-Aufgabe und ein kurzer Cut. Oh yeah. Naja. Jetzt kommen die 8 Rotmünzen. Haha. Mamma mia. Was hat ihr solche Arschlöcher? Okay, wie damals. Oh, hallo. Wow, kommst ein bisschen zu nah. Au. Missgeburt. Okay. Ey, sag mal. Geister, Langeweile. Lass mich einfach in Ruhe, ey. Lass mal eine Rote-Münze, oder? Nein. Gut. Ich muss mir eh gleich die Mario-Fähigkeit wiederholen. Na super. Ne, da war keiner. Da brauch ich jetzt gar nichts, über die Brücke zu laufen. Aber hier war einer. Und die hole ich mir jetzt auch. Vier. Mama mia. Ey, ich hasse die Musik. Ich bin froh, wenn ich die Welt ganz schnell abschließen könnte. Mama mia. Ach. Grab, grab, grab. Sechste Münze. Siebte Münze. Tja. Will ich da hin? I don't know. Ich glaub nicht. Nein, will ich nicht. Aber jetzt will ich mal versuchen, mit dem perfekten Dreiersprung da ranzukommen. Die Münze. Nein. Es ist möglich. Mama mia. Ihr habt's grad gesehen, dass es möglich ist. Oder wäre. Es ist möglich. Ehrlich gesagt, hatte ich keinen Bock, jetzt die Mario-Mütze zu holen. Und so schnell hat man wieder einen Stern. What the fuck, ey. Das Let's Play habe ich erst gestern gestartet und ich habe schon so viele Sterne. Ich werde jetzt gar nicht wissen, was passiert, wenn man hätte ich über die Nacht aufgenommen. Konnte ich ja nicht, wegen Schule. Aber ich kann heute über die Nacht aufnehmen, das ist geil. Oh, nicht der... Oh, die Balkon-Aufgabe. Das ist meine Lieblings-Aufgabe. Das ist einer meiner Lieblings-Sterne gewesen. Wird sich auch bis heute nicht ändern. Besonders, weil man da so leicht hochkommt. Hahaha.